Kurz aufgemerkt, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einem neuen Realtalk-Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute zu einem Thema, der werde ich hier ab und zu mal angeschrieben von euch. Ja, manchmal kommt so eine Nachricht, gerade für Leute, die die Masters so entdecken, die jahrzehntelang nichts mehr mit dieser Materie zu tun haben, aber es trifft bestimmt auch andere Toilands, bin ich mir ganz sicher. Ja, da kommt die Frage, Marc, lohnt sich das, die Origins zu sammeln und haben sie später mal einen Wert? Ja, das ist so eine Frage, die kommt ab und zu mal bei mir rein über meine Social-Media-Seiten. Ja, da kann ich unten auch mal einblenden. Ja, da bin ich vorzufinden, neben YouTube auch auf Facebook, Instagram und Threads. Dürft ihr gerne ein Follower-Like hinterlassen, ja, da könnt ihr mich verfolgen. Gerne, gerne, gerne. Und dann muss ich leider sagen, nein. Also die wenigsten Masters-Toylines haben einen Wert. Und bei den Origins- und Masterverse-Toylines, geschweige denn zu der He-Man 21-Serie, ja, wird es später keinen Wert geben. Es ist mehr oder minder, man sammelt totes Kapital. Und das ist heute mein Thema hier in meinem Video, totes Kapital. Viele von euch kennen das ja auch von damals noch, das habe ich ja so gehabt. So in den 80er, 90er Jahren waren die CDs ja total in. Jeder hatte den umgeschwenkt von Musikkassette und Vinyl dann auf CD. Denn sie hatten ja, die waren einfacher zu bedienen. Man konnte auf Tastendruck, konnte man die Songs vorskippen. Es war kein Knacken drin. Jetzt kommen viele Vinyl-Fans und sagen, ah, boah, die Vinylplatten, ja, neben dem Knacken hatten die aber eine viel bessere Tonqualität als die CDs. Ja, darum geht es ja gar nicht. Aber damals 80er, 90er Jahre, bei mir fing es, glaube ich, so Mitte der 80er an, so 87, 88, also fast Ende der 80er. Ja, da habe ich die CDs entdeckt und auch gekauft und die waren schweineteuer. Und davon hatte ich denn bis heute über 3.000 bis 4.000 CDs. Jetzt muss man sich vorstellen, was das für ein Kapital war, was ich dafür ausgegeben habe. Also da kostete auch mal locker so eine CD 50 D-Mark. Gut, Maxi-Singles waren ja damals ca. 13 Mark. Und wenn man das alles so zurückrechnet, denn in Euro, boah. Und letztendlich, was man da jetzt für heutzutage bekommt, ist das erschreckend. Wenn man das irgendwie so bei Medimops und Co. verkauft, dann kann man ja über Cent-Beträge ja glücklich sein, weil die müssen das ja auch noch Gewinn bringen verkaufen. Und man bekommt wirklich nicht viel dafür. Das heißt, man hat zu Hause ja in seinen Regalen, ja, wenn man Platz schaffen wollte, wie ich es verkocht haben wollte, hat man wirklich totes Kapital liegen. Das gilt auch für VHS-Kassetten, ja. Die wenigsten VHS-Kassetten haben noch einen hohen Wert, einen hohen Sammlerwert. Sind nicht mehr viele. Hat man vielleicht noch die ein oder andere Disney-VHS zu Hause liegen, musste man mal nachrecherchieren, weil manche haben noch einen enormen Wert. Aber der größte Teil, sei es an CDs, an VHS-Kassetten, ja, haben keinen Wert. Man bekommt nicht mehr das wieder, was man ausgegeben hat, geschweige denn, ist da eine Wertsteigerung. Und so gilt es auch bei den Masters-Figuren, bei den Origins- oder Master-Verse-Figuren oder aber auch zum Beispiel bei der He-Man 21-Serie. Und das lässt sich auch so nahtlos fortsetzen, weil sie haben keinen Wert. Weil, erstens waren sie hier bei uns in den Läden. Viele Figuren, ja die Standardfiguren, gab es bei uns zu Genüge. Ja, ich möchte mal sagen, es war eine Zeit lang, ich glaube die ersten anderthalb Jahre, gab es bei Smithtoys sehr viele He-Man-Figuren der Origins. Ja, ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind. Der wird zum Beispiel nie einen Wert haben. Ja, also der mit diesem Alcala-Kopf, ja. Never, geschweige auch denn hier mit dem Vintage-Kopf, mit dem sogenannten Vintage-Kopf. Auch nicht. Einzige, was vielleicht eine kleine Wertsteigerung haben könnte und wird sehr wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wenn ihr Exklusives habt, und zwar nicht, jetzt reden wir von den Made-to-Order-Exklusives von Mattel, sondern wenn wir zum Beispiel von den SDCC so Packages habt, wie zum Beispiel das Doppelpack, das kann ich hier mal einblenden, hier dieses Doppelpack, ja wo der Mini-Comic Prinz Ale mit He-Man 2019 ja enthalten war. Das hat bis heute so einen Wert, da bezahlt ihr locker mal 500 und vielleicht auch ein wenig mehr Euro, ja. Das hat damals, ich weiß nicht, was es kostet, 40 US-Dollar, ich bin mir ganz sicher, was es kostet, aber auf alle Fälle ist da eine Wertsteigerung. Oder auch das SDCC Exclusive Too Bad, was es vor kurzem gab und innerhalb von 10 Minuten vergriffen war. Da habt ihr auf alle Fälle eine Wertsteigerung oder man sieht es auch hier an diesem tollen Fünferpack der Lords of Power Figuren. So, und es gibt doch die ein oder andere wirklich Figur- oder Pack-Packs, die haben ihren Wert. Ja, ob sie noch mehr steigen, ja, sei hingestellt, aber auf alle Fälle sind die jetzt schon mehr wert, als was man ausgegeben hat. Und ich sage dann immer zu den Leuten, die mich im Thema Wertsteigerung anschreiben, sage ich, nein. Zu 90, 95 Prozent gibt es da keine Wertsteigerung. Und auf alle Fälle, auf keine Fälle gibt es keine Wertsteigerung, so wie man es aus den Toys von aus den 80ern kennt bei den Masters. Da gibt es keine Wertsteigerung. Also da kann man sich, glaube ich, abschminken, dass man in 30, 40 Jahren, falls man da noch lebt und noch Interesse hat zu sammeln, dass man solche Preise bekommt, wie heute bei den Vintage Toys, wenn sie schön original verpackt sind. Das kann man sich abschminken. Man hat wirklich dann zu Hause totes Kapital liegen. Ja, und die Frage ist ja auch irgendwann, müssen wir ja auch altersbedingt, müssen wir ja unsere Sammlungen abgeben. Das machen ja heutzutage schon einige, weil sie Geld brauchen. Und dann stellen sie ihre ganze, zum Beispiel die Origins-Sammlung ins Internet, verlangen 2.500 Euro. Das habe ich zuletzt gesehen. Und da bleiben sie drauf sitzen, weil die Leute wollen das nicht haben. Und die Generationen, die hinter uns sind, haben auch, also der größte Teil, muss man lassen. Es gibt vielleicht noch heutzutage das ein oder andere Kind, was die Masters cool finden, weil Papa das denen empfohlen hat, den gezeigt hat. Und dann finden sie es wirklich grandios. Da habe ich ja auch einige Zuschauer zu Hause sitzen, ja, die jünger sind, wesentlich jünger sind, ja, wie der Paul oder der Eric, ja, die, die auch vom Herzen aus Masters toll finden. Das ist aber die wenigsten. Ja, und das heißt jetzt, die Generation hinter uns, wenn wir jetzt 20 Jahre weiter sind, werden das uns nicht abkaufen. Und die wirklich, die in unserer Generation sind, haben gegebenenfalls gar keinen Bock mehr darauf, sich eine Sammlung ins Haus zu holen, weil sie a, vielleicht dann in dem Alter sind, wo sie, ja, vielleicht schon, wir hoffen es mal nicht, ich gönne es keinem von euch, ja, vielleicht im Altenheim sind, in einem 10 Quadratmeter großen Zimmer und die sowieso keinen Platz für ihre Sammlung haben. Die werden natürlich, dann auch dieses nicht mehr holen, weil sie selber das verkaufen wollen. Und dann ist der Markt so was von geflutet mit den Masterverse und Origins Figuren. Da kann man keine hohe Beträge erwarten. Das ist dann sehr wahrscheinlich so wie mit den CDs, was ich sagte. Also wie gesagt, CDs, da müsst ihr rechnen, wenn ihr mal ein Euro für eine CD bekommt, eine Maxi, da ist das schon zu hoch. Bei Maxi ist es meistens so einen Centbeträgen, falls ihr das bei Medimops und Co. verkaufen möchtet. Das ist da sehr wenig. Vielleicht bekommt ihr noch ein, zwei Euro für ein Album, dann ist es aber schon gut, weil auch da, wie ich sagte, gibt es kaum Sammler-CDs, wo man sagt, das müsste ein Sammler haben. Es gibt die vielleicht, ja, das habe ich auch schon gesehen, ja, aber die sind auch nicht so hoch im Segment. Da, es sind mehr so Sachen, was mir noch fehlt, mal nebenbei, was ich noch suche, günstig, dann kommt wieder los, günstig, es fragen viele, Marc, was ist für dich denn günstig? Ja, das ist natürlich auch Definitionssache. Ich hätte gerne so eine Vinylplatte, ja, von Captain Future, ja, mit dem Original Soundtrack. Da gibt es ja zwei verschiedene, die hätte ich noch gerne, aber da greift man richtig in die Tasche. Da sehe ich ja Preise ab 250 Euro, ja, da denke ich, das ist nicht mehr für mich, für mich nicht mehr günstig und das sind halt Sammlerpreise. Das ist ja für Leute, die nicht sammeln, sagen, was ist das für ein Vinyl, ja, hört doch keiner mehr, da bezahlt man so viel, ja. Genauso wie für Actionfiguren, wer wirklich Kapital hat oder auf Kapital setzt, ja, am ersten Moment, für mich ist es erstmal unwichtig. Ich sammle aus Lust, das ist ja auch immer wichtig. Man sollte ja sammeln nicht, weil man da Wertsteigerung haben möchte, das kommt als kleines zusätzliches Bonbon noch dazu, aber als erstes, was auch ich habe, ich sammle, weil ich es geil finde, weil ich die Toyline mag, die Masters. Ich sammle es halt, weil ich es schön finde, Figuren hier stehen zu haben in meinen Regalen, sei es ausgepackt oder verpackt, das kommt ja natürlich auch dazu mit Wertsteigerung, wenn man falls auch Wert ersetzt, man sollte die Figuren schon verpackt halten oder wenn sie ausgepackt sind in Mint. Mint heißt dann, wie gesagt, sie sollen dann noch schön erhalten sein, schöne Farben, kaum Farbabrieb und natürlich auch mit dem Originalzubehör. Dann habt ihr noch ein bisschen, ja, also bei den Urchen habt ihr vielleicht noch, bekommt ihr vielleicht noch nahezu das Gleiche, was ihr da bezahlt habt, aber Wertsteigerung Null. Und, äh, ja, das sind so die Aspekte, warum ich sammle. Ich sehe gar nicht, ja, irgendwann muss ich das verkaufen, erstens aus Platzgründen, das habe ich ja schon x-mal gesagt, aber auch irgendwann mal, weil ich mich verkleinern muss, weil ich dann ins Altenheim einziehen muss. Damit habe ich mich ja auch schon abgefunden. Der Puppengeist und ich gehen später mal, auch wenn es so schwer ist, ins Altenheim, weil wir haben ja keinen in unserem Alter, der uns auf uns aufpasst oder pflegen würde, weil die selber, unsere bekannten Freunde, selber in dem Alter ist, ja, oder sind. Jetzt wäre so ein Thema, jetzt ist wieder so ein, jetzt kommen wir an, jetzt sitzt ihr beim Abendbrot oder beim Frühstück oder beim Mittag oder macht ihr beim Thema ins Altenheim kommen. Aber Gott sei Dank habe ich Kinder. Ja, werden eure Kinder euch später auch pflegen. Also seid nett zu euren Kindern, denn die suchen später euer Altenheim aus. Also immer schön nett bleiben. Ja, Wertsteigerung und das ist deswegen bei mir nicht so unbedingt im Fokus, weil ich sammle, wie gesagt, aus Spaß und dann an meiner Toilern der Kindheit, da sammle ich. Also da denke ich noch gar nicht ans Verkaufen. Gut, das eine oder andere muss ja mal weg, Platz muss geschaffen werden. Ja, und Wertsteigerungen, ja, die bekommt man nicht mehr so hin mit den neuen Toilands, der Masters. Ich rede ja immer über Masters. Es gibt ja vielleicht auch andere, die schauen gerade in dem Video und die sammeln was ganz anderes, ja. Wie gesagt, auch CDs, Vinyls, ja, die sammeln das vielleicht oder Eisenbahnen. Gut, Eisenbahner bin ich jetzt nicht so im Metier drin, aber die haben auch ihren Wert, ja. Hätte ich auch gerne so eine Märklin-Eisenbahn, weil das Kind hat nicht eine Märklin-Eisenbahn. Hätte ich gerne, aber der Platz fehlt. Ich glaube, die haben noch relativ Wert. Korrigiert mich einfach unten, falls ich was misst, aber weil mit dem Thema Modell-Eisenbahn bin ich nicht so gerade drin. Guckt mir ab und zu mal Kanäle an, wo so eine Bahn rumfährt, ja. Da kann ich herrlich entspannen. Wo ihr natürlich den Wert habt, da komme ich auch nochmal zurück, ist heutzutage noch die Vintage-Toyline der Masters. Ja, die hat natürlich, wenn sie original verpackt ist, Mock, ja, hat sie ihren Wert. Dann sind sie natürlich teurer als damals im Laden und da muss man wirklich sehr tief in die Tasche greifen, wenn man den einen oder anderen Hauptcharakter der Masters haben möchte und wenn man auch die 8-Bag-Karte hat, hinten auf der Rückseite, ja, also die ersten 8 Figuren, die aufgelistet sind auf der Rückseite der Figur, das war ja aus der ersten Charge, der ersten Wave, dann greift man noch tiefer in die Tasche. Aber ich möchte jetzt mal aufstellen, auch da gilt es, ich gehe mal von aus, die Preise werden da irgendwann mal sinken. Auch durch, natürlich durch den demografischen Wandel, ja, wie es gilt auch bei den Origins, was ich sagte, wir werden ja alle älter und älter und irgendwann haben wir keinen Platz, keinen Bock, ja, keinen Erben, der die Sammlung weiter fortführen möchten, weil die Generationen hinter uns gar keinen Bezug zu den Masters haben, ja, für die ist das denn nur noch reines, ja, ach, das war damals eine Actionfigur, oh, toll, oh, ja, schön, ja, kann man verkaufen, kann man wegwerfen, kann man, was auch immer. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren im Preis sinken, also, aber auf alle Fälle sind Vintage-Toys, ne, grundsätzlich sind die natürlich höher anzusiedeln, auch da jetzt nicht jede Toyline, das muss man auch sagen, als, äh, jetzt die aktuellen Sachen, ja, auch die aktuellen Star-Wars-Figuren, die es bei Smith gibt, etc., werden da auch keinen Wert haben, ne, auch da dürft ihr mich korrigieren, ich bin auch kein Star-Wars-Experte, da müsste ich den Star-Wars-Sammler fragen, der könnte mir sagen, Marc, da gibt es bestimmt einige Figuren, die haben mehr Wert als jetzt, kann sein, ne. Also, ich fasse mal zusammen, ähm, man sammelt zum größten Teil, wir Leute, die sich gerade so auf neue Toylines fixieren, weil sie halt günstiger sind als die alten Sachen, wir sammeln da zum größten Teil totes Kapital. Hört sich auch dann, äh, ist aber leider so. Ja, also, wenn ich jetzt hier, äh, mal rumschau, ja, wenn ich das alles wegtun würde, was hier so auf Dauer keinen Wert hat, ja, wenn ich danach gehen würde, wäre es ja ziemlich leer bei mir in der Bude. Aber es macht ja nichts, es macht halt Spaß, ist mir wurscht, ob die Wert haben und nicht darauf gucke ich ja gar nicht. Ja, ich weiß, andere Kollegen, das ist vielleicht geschäftsmäßig top, aber vom Sammlererlebnis finde ich das flop, ähm, die schauen wirklich und vorweg, das hätte mal Wert, ja, das kaufe ich, das hat Wert. Ich kaufe nur Sachen, ich kaufe nur Vintage-Toys, weil das ist ein Wert. Gut, dann sagen sie aber auch, das gibt ja auch, ich kenne ja auch einige Sammler, die haben auch sehr viel Vintage-Figuren, das ist natürlich, sie sammeln aus der Kindheitserinnerung heraus, weil sie das halt mit ihrer Kindheit verbinden. Und das ist legitim, ganz cool, ne? Aber es gibt auch viele Scalper, ja, und da sind wir beim Thema Scalper. Ich wollte es eigentlich dieses Jahr gar nicht mehr machen zum Thema, aber kurz angerissen, es gibt natürlich Scalper, die hängen über Mattel Creations, meistens, wenn da eine Vorankündigung kommt, ja, haben wir ja bald wieder, und dann kaufen sie viele Figuren, ja, die haben natürlich nicht nur eine Kreditkarte, ja, die haben zwei, drei Kreditkarten und dürfen dann meistens über den maximalen, äh, Anzahl der Bestellungen, meistens, bei Mattel Creations, jeder Besteller darf bis maximal, das so ist es meistens, drei Masters-Figuren holen. Und wenn sie mehrere Kreditkarten haben, können sie natürlich mehrere Figuren von diesem Charakter holen und diese dann, das sieht man immer, wenn die Auktion ausgelaufen ist oder diese, ähm, Vorbestellphase, dann sieht man sofort bei Ebay, wie schnell die Figuren eingestellt sind und wie teuer die sind. Äh, das ist natürlich, äh, verwerflich, das ist full, aber darüber habe ich ja auch schon öfter, auch hier bei, kurz aufgemerkt, habe ich ja schon ein Video zu den Skypern gemacht, das muss ich jetzt nicht nochmal vertiefen. Jetzt bin ich mal auf eure, ähm, auf eure Antwort gespannt, die dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare reinposten. Seht ihr das auch so mit dem Totenkapital? Habt ihr auch genügend totes Kapital zu Hause liegen und stehen? Ja, und das ganz besonders, wie gesagt, man muss jetzt vor Augen führen, CDs, gerade, ja, äh, in den 90ern fing es ja an mit diesem großen CD-Hype, da gab es ja so viele Maxi-Singles, ja, Eurodance, da hat der Puppengeist auch eine Menge, ja, der hat ja von seiner Mr. President, äh, La Bouche hat er eine Menge, das war aber damals wurden ja Hunderttausende von, äh, einem Song wurden veröffentlicht, ja, die liegen jetzt zu Hause irgendwo in den Kellern bei den Leuten oder sie haben sie verkauft, natürlich auch da nicht gewinnbringend, oder haben sie weggeworfen, weil ich musste meine CD-Sammlung auch verringern, weil ich brauchte Platz für meine Figuren. Ja, und was hat der Marc gemacht? Weil ich sehe es nicht ein, zum Beispiel für eine Maxi-Single nur 25 Cent zu bekommen, da hat der Marc sie einfach raus vor dem Haus gestellt und da gab es den einen oder anderen, die die mitgenommen haben oder die haben doch letztendlich den Weg in den, oder in die Mülltonne gefunden. Schade, 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 aber was sollen wir damit? Man streamt ja leider viel zu viel, ja, was ist leider ist eigentlich auch toll, man hat ja Platz gespart, äh, man hat sofort verfügbar, okay, manchmal kann man das Pech haben, dann hat, äh, die Plattform, wovon man den Song runtergezogen hat, hat die Rechte nicht mehr und dann ist das Song erst auch, und das hatte ich auch mal ein Thema. Ich poste mir einfach mal rein, habt ihr totes Kapital, welches totes Kapital habt ihr und habt ihr Hoffnung, dass dieses vielleicht doch noch im Wert steigt? Man weiß es nicht. Damit beabschiede ich mich für das heutige Video, ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt auf alle Fälle weiterhin sammelwütig. Tschüss!